Intro Hey und herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, es sind ein paar neue Bilder erschienen zu Naruto Storm Revolution, beziehungsweise von der Demo von der Wondokun in Amerika. Und ja, was sieht man denn auf diesen Bildern? Man sieht zum Beispiel Sasuke, wie er gegen Mecha-Naruto gegenüber steht und eben sein Chakra lädt und Mecha-Naruto hat irgendwelche drei Luftballon-Narutos da erschaffen oder so. Und ja, ich schätze mal, dass diese Luftballon-Narutos einfach explodieren, wenn man denen zu nahe kommt und ja, es ist jetzt nichts Atemberaubendes oder so. Auf jeden Fall sieht man auch noch ein bisschen die HUD, also die Lebensanzeige und so was und Tauschbalken und so was. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, gefällt mir, ist ein bisschen moderner jetzt gemacht. Hab eigentlich nichts dagegen, wenn sich das von Spiel zu Spiel immer verändert. Ich gewöhne mich sowieso immer dran, also von daher passt es. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr. So, dann kommen wir mal weiter und zwar kommen wir zum Raster. Und zwar wurde von der Demo in der Wondokun mal so ein bisschen das Raster gezeigt. Jetzt müsst ihr euch nicht aufregen, man kann schon in dem fertigen Spiel dann seine eigenen Teams zusammenstellen. Das ist schon mal klar. Nicht, dass jeder denkt jetzt, man kann nur so vorgefertigte Teams nehmen. Nee, das ist nur für die Demo so. Und ja, also ich finde das Raster oder dieses Auswahlmenü finde ich auf jeden Fall ziemlich interessant, weil der Hintergrund erinnert mich echt an Dragon Ball. Der erinnert mich so sehr an Dragon Ball mit diesen Bergen. Das ist wirklich, nur, habe ich nur in Dragon Ball immer so gesehen. Aber ich persönlich finde, das sieht okay aus. Passt. Die Farben gefallen mir. Das ist jetzt mal so ein bisschen gelblich, so ein bisschen grün-gelblich. Wie auch das Logo und das gefällt mir einfach. Und ja, schreibt mir doch mal eure Meinung in die Kommentare. Ich finde auf jeden Fall die Teams, die jetzt also für die Demo ausgewählt wurden, ziemlich interessant. Halt Tsuchikage, der Alte und der Neue immer. Äh, dann sieht man halt Sasuke Nitachi, äh, Gai und Kakashi, äh, Mecha-Naruto mit Hinata und Naruto. Was ich nicht verstehen kann, warum. Und ja, also wie gesagt, schreibt mir doch mal einfach alles in die Kommentare. Wird mich sehr interessieren. Und dann habe ich hier einfach nochmal drei Bilder, wie eben der Raikage, der Tsuchikage und der Kasekage aussehen. Ne, das war der Misokage. Und ja, schreibt mir doch mal einfach eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Ich werde sie lesen, beantworten, so gut es geht. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch nachher nochmal in einem Infovideo zu Storm Revolution. Und ja, haut rein, bis später. Tschüss.